Hallo Leute und herzlich Willkommen zur Lektion Steuererklärung. Ja, Steuern ist immer ein leidiges Thema, es ist sehr zeitraubend, sehr energieraubend und man blickt hier kaum durch, bei der privaten schon nicht. Wenn es jetzt mit der gewerblichen noch komplexer wird, wird es logischerweise auch nicht einfacher und deswegen versuchen wir hier für euch das Ganze so gut wie möglich aufzubereiten. Passend zum Thema wird die Präsentation jetzt auch etwas unübersichtlicher, aber das gehört beim Thema Steuern wohl dazu. Also ganz wichtig ist erstmal, dass ihr alle Rechnungen von Ausgaben aufbewahrt und diese dann auch als Verlust geltend macht. Also eben bei der Steuererklärung gebt ihr dann an, dass ihr einen Mixer gekauft habt, was für Musik ihr eben gekauft habt und das müsst ihr alles aufbewahren und könnt es dann als Geschäftsausgaben geltend machen. Anschaffungen, die teurer als 800 Euro netto oder 952 Euro brutto sind, müssen über mehrere Jahre abgeschrieben werden. Dafür gibt es diese AFA-Tabelle AV, an der müsst ihr euch orientieren, unter was dieses ja gut jetzt fällt, was es da dann für Vorgaben gibt, wie lange man das abschreiben muss. Das gibt es natürlich auch für Immobilien, fürs Auto und so weiter und so fort. Und alles was darunter ist, könnt ihr direkt abschreiben, also direkt als Ausgaben geltend machen. Wenn ihr die Sachen über Länge, Jahre abschreiben müsst, dann müsst ihr halt immer diesen Teilbetrag nehmen, bis ihr dann wieder auf diesen Gesamtbetrag kommt, der ja dieses Anlagegut gekostet hat. Das natürlich auch wieder nur aktuell. Es kann sein, dass sich das oder es wird sehr wahrscheinlich, dass sich das in Zukunft wieder ändern wird und deswegen das die aktuellen Zahlen. Außerdem kannst du Pauschalen für Verpflegung, Fahrten und diverse andere Geschichten wie Bildung absetzen, ohne da jetzt direkt was vorweisen zu müssen. Das ist auf jeden Fall eine clevere und einfache Variante. Selbst wenn du aktuell noch keine Steuern zahlen musst, weil deine Einnahmen einfach noch nicht hoch genug sind, du bist vielleicht auch noch Student und deswegen natürlich schon lange volljährig, aber noch nicht berufstätig und insofern kann es hier gut passieren, dass du vielleicht einfach noch gar keine Steuern zahlen musst. Dann hast du ja trotzdem Ausgaben für dich als DJ und solltest diese auch bei deiner Steuererklärung geltend machen. Denn auch eben, wenn du keine Steuern zahlen musst in diesem Jahr, mit denen es dann verrechnet werden könnte, wird das Ganze im sogenannten Verlustvortrag noch wieart gespeichert. Das Finanzamt merkt sich das also und wenn du dann in Zukunft mal an den Punkt gelangst, wo du Steuern zahlen musst, dann wird dieser Puffer, den ihr da sozusagen aufgebaut habt, also diese Reserve, dann mit der aktuellen Steuerzahlung verrechnet. Deswegen eben auch, wenn ihr noch keine Steuern zahlen müsst, ganz ganz wichtig, dass ihr trotzdem diese ganzen Verluste geltend macht. Das Finanzamt akzeptiert eine offizielle Rechnung. Eigentlich irgendwie logisch, was auf eine offizielle Rechnung, die ja eben auch dem Finanzamt standhält, alles drauf muss, haben wir in der Lektion Rechnung bereits besprochen. Und auch wenn ihr zum Beispiel mal über einen Privatverkauf was einkauft, sei es jetzt Musik oder eben Equipment, dann geht das auch, indem ihr eine private Rechnung aufsetzt, bei der muss dann lediglich eben draufstehen, dass es sich hierbei um einen Privatverkauf handelt, aber sollte trotzdem eben diesen offiziellen Rechnungscharakter haben und auch alle anderen Punkte noch enthalten. Den Steuerberater können wir euch nur wärmstens ans Herz legen, auch wenn wir jetzt hier eben versuchen, schon vieles klar zu machen und euch so leicht wie möglich zu machen. Wenn ihr hier wirklich viele Einnahmen und Ausgaben habt und hier noch eben teilweise Fahrten absetzen müsst und andere Dinge, weil ihr sehr viel unterwegs seid, dann wird es wirklich komplex. Und den Steuerberater könnt ihr auch als Geschäftsausgabe geltend machen, von daher ist das ein positiver Aspekt, auch wenn er natürlich klar Geld kostet. Der Steuerberater kennt sich dann mit dieser komplexen Buchführung natürlich hoffentlich bestens aus und so kannst du dich dann auch eher auf die Kunst konzentrieren und weiter deinem eigentlichen Handwerk nachgehen, anstatt dich mit sowas rum zu plagen. Das Finanzamt fordert Vorauszahlungen der Steuer, die von dir geschätzt wurden. Wenn du dein Gewerbe gerade erst angemeldet hast, ist das eben dieser Steuerbescheid, der dann kurze Zeit später bei dir eintrudelt, den du eben erstmal ja nicht zu hoch schätzen solltest, sondern eben zu deinen Gunsten lieber ein bisschen untertreiben und später dann Steuern nachzahlen, als dass du direkt groß ansetzt, denn hier wirst du auf dem Finanzamt niemanden beeindrucken, das interessiert dann niemand, du warst dann lediglich das Problem, dass du eben noch mehr Steuern vorzahlen musst. Und das Ganze ist eben erstmal geschätzt, vielleicht weißt du es sogar schon ziemlich genau, umso besser, aber eben wenn du dich hier verschätzt und zwar gewaltig, dann tust du dir noch weniger einen Gefallen, als wenn du hier ein bisschen übertreibst, denn dann schätzt das Finanzamt deine Einnahmen und Ausgaben und das eben meistens eher zu deinem Nachteil. Wenn ihr dann also mal in eine Vorauszahlung tätigen musstet, weil ihr schon in diesen steuerlichen Bereich reinfallt, dann werden eure Steuern, die in Zukunft anfallen, ja eben immer mit diesem Betrag verrechnet. Insofern ihr weniger Steuern zahlen müsst, als diese Vorauszahlung war, bekommt ihr eben Geld erstattet und insofern es mehr war, wird dann der zukünftige Betrag eben an diesen Betrag angeglichen. Also von daher, mach das anständig, mach das seriös und schau, dass es immer wenigstens grob passt. Es verlangt niemand von dir, dass es auf den Euro genau stimmt, aber wenn du eben im Jahr 20.000 Euro mit DJing verdienst, aber in der Angabe dann schreibst du, es sind nur 500, natürlich jetzt auch wieder als Extrembeispiel, dann tust du dir hier keinen Gefallen, denn du musst sowieso früher oder später das Geld bezahlen. Deswegen, ja, mach es nicht, unnötig kompliziert. Ja, als Kleinunternehmer, wenn ihr diese Kleinunternehmerregelung eben in Anspruch nehmen möchtet, dann müsst ihr einiges beachten. In allerleerster Linie müsst ihr eben schauen, dass ihr 17.500 Euro Umsatz nicht übersteigt. Bis dahin müsst ihr dann lediglich die Einkommenssteuer bezahlen, die hängt dann eben individuell von eurem Einkommen ab, eben dem Gewinn, den ihr so im Jahr macht. Das ist natürlich dann auch noch davon abhängig, ob ihr noch einen Beruf habt oder mehrere Berufe, mehrere Gewerbe, was auch immer, da zählt eben dann alles zusammen. Und insofern ihr das in Anspruch nehmen könnt, müsst ihr lediglich eine formlose Gewinn- und Verlustrechnung aufstellen. Das heißt eben, ihr stellt lediglich eure Ausgaben den Einnahmen gegenüber und das war es dann auch schon. Wenn ihr weniger als 9.000 Euro Gewinn im Jahr macht, also nicht Umsatz, weil Umsatz ist ja generell das, was ihr verdient, aber eben auch noch mit den Ausgaben, die ihr hattet. Also zum Beispiel, wenn jemand mal, jetzt ein Beispiel unabhängig vom DJing, ein T-Shirt verkauft, dann muss er ja dieses T-Shirt ja erstmal einkaufen, das kostet ja Geld. Der verkauft es dann natürlich dann zum Beispiel weiter, weil er es noch bedruckt. Aber wenn dann jemand 20 Euro für dieses T-Shirt bezahlt, dann ist ja nicht der Gewinn 20 Euro, weil die Anschaffung des T-Shirts und ähnliches haben ja auch noch Geld gekostet. Deswegen wäre der Umsatz zwar 20 Euro, aber der Gewinn eben nicht, sondern nur vielleicht 5 Euro, die dann noch übrig bleiben abzüglich der ganzen Ausgaben, eben Kosten, die man für die Herstellung dieses T-Shirts hatte. Wenn aber eben dann euer Gewinn weniger als 9.000 Euro im Jahr beträgt, dann müsst ihr sowieso gar keine Steuern zahlen, also auch nicht mal Einkommenssteuer. So, wenn ihr dann mehr als 17.500 Euro Umsatz wieder habt, dann seid ihr auch noch zur Umsatzsteuer verpflichtet. Eben vorher könnt ihr ja noch diese Kleinunternehmerregelung in Anspruch nehmen, wenn ihr möchtet. Dann geht es nicht mehr, dann müsst ihr klassischer Einzelunternehmer sein. Und dann müsst ihr auch noch die Anlage EÜR, wie man so schön sagt, für die Gewinnermittlung eben ausstellen und müsst eben auch eine Umsatzsteuererklärung am Ende des Jahres machen und die Vorsteuer, aber dazu dann gleich noch mehr. Wenn ihr dann sogar auch noch mehr als 25.000 Euro Gewinn wieder jetzt im Jahr macht, dann seid ihr auch noch Gewerbesteuer verpflichtend. Also hier müsst ihr immer genau darauf achten, geht es eben um Umsatz oder geht es um Gewinn. Das müsst ihr für euch mal ausrechnen. Von daher wird sich vielleicht eh schon zeigen, ob ihr überhaupt die Kleinunternehmerregelung in Anspruch nehmen könnt oder nicht. Und ansonsten empfiehlt es sich ja vielleicht auch mal nochmal gegen Ende des Jahres gewisse Ausgaben zu tätigen, um euren Gewinn zu schmälern. Die Umsatzsteuer aka Mehrwertsteuer, die müsst ihr normalerweise eben auch bei Aufnahme des Gewerbes monatlich entrichten, diese Umsatzsteuererklärung. Wenn es weniger als 1.000 Euro sind, dann könnt ihr das Ganze auf jährlich eben ausdehnen oder weniger als 2.500 Euro das ganze Quartalsweise. Quartale sind ja immer drei Monate, also Januar, Februar, März und dann immer so weiter. Ist klar. Die Höhe der Umsatzsteuer richtet sich nach der Art der Dienstleistung oder Ware. Das ist auch klar. Denn nicht alles hat einfach 19 Prozent. Vor allem Lebensmittel zum Beispiel fallen da darunter. Die haben weniger. Und unter Umständen kann es auch sein, wenn du also als DJ live produzierst und das Ganze dann schon einen Bandcharakter hat sogar, dann kannst du eventuell deine Leistung mit 7 Prozent abrechnen. Da muss aber dann wirklich gegeben sein, dass du nicht einfach nur die Tracks aneinander mischst, sondern das ist wirklich dann schon live producing, live musizieren. Und deswegen ist es auf jeden Fall nochmal was anderes. Und das ist auch nicht sicher. Ja, es kann sein, das müsst ihr dann blöd gesagt durchboxen, dass das klar geht. Ansonsten die klassischen DJs rechnen mit 19 Prozent ab. Ganz klar einfach, wenn ihr 100 Euro Gage ausschreibt, dann müsst ihr da dann brutto 119 draus machen. Die eingenommene Summe, also die eingenommene Mehrwertsteuer muss eben in dieser Umsatzsteuererklärung regelmäßig an den Staat abgeführt werden. Eben in dieser Umsatzsteuervoranmeldung und gleichzeitig kann auch die Mehrwertsteuer, die ihr selbst gezahlt habt, wieder zurückgeholt werden. Also, sei es jetzt eine Dienstleistung oder ihr habt einen Mixer gekauft zum Beispiel, auf dem ja auch Mehrwertsteuer ist, dann müsst ihr zum einen ja die Mehrwertsteuer, die ihr bekommen habt, für euren Gig an den Staat abführen und umgekehrt auch die Mehrwertsteuer, die ihr im Laden gelassen habt, die bekommt ihr so auch wieder zurück. Am Ende des Jahres wird dann die Umsatzsteuererklärung fällig, neben eben dieser Vorsteueranmeldung, die ihr entweder monatlich, quartalsweise oder wenn ihr kleine Brötchen backt, auch jährlich machen könnt, dann erst Vorsteueranmeldung regelmäßig und am Ende des Jahres die Umsatzsteuererklärung. Hier wird das Ganze nochmal sozusagen zusammengefasst und beleuchtet und alles konkret abgewickelt. Obacht, hier müsst ihr aufpassen, die Umsatzsteuererstattung aus anderen Ländern ist sehr aufwendig. Wenn ihr also viel im Internet einkauft und euch hier Sachen aus China vielleicht sogar schicken lasst oder der Verkäufer sonst wo in Europa sitzt, dann wird es hier schwierig, wieder an die Steuer zu kommen. Denn hier müsst das Ganze ja eben ländergreifend laufen und es ist nicht mehr einfach nur Deutschlands intern. Ihr habt hier ja die Steuer auch, als ihr sie beim Einkauf gezahlt habt, ins Ausland transferiert sozusagen. Oft geht es dann auch nur am Ende des Jahres und nicht eben vielleicht monatlich. Und sowieso ist der Aufwand hier enorm. Vielleicht müsst ihr euch noch durch fremdsprachige Dokumente wühlen, bis ihr das vielleicht mal irgendwie rausbekommen habt, wie ihr die Steuer zurückbekommt. Und das Ganze dann vielleicht für einige wenige Euro. Also wenn wir hier schon über ein paar tausend oder ein paar hundert Euro reden, dann kann es Sinn machen, ja. Aber wenn ihr dann noch einen Experten einschalten müsst oder es eben nur kleine Beträge sind, dann lasst es sein. Deswegen hier Augen auf, wenn ihr viel im Internet kauft zum Beispiel, denn da wird dann oft die Umsatzsteuer ins Ausland transferiert. Für internationale Konzerne gilt hier sogar noch die Möglichkeit, dass sie eventuell gar nicht mit Umsatzsteuer faktorieren, also eben ihre Rechnungen schreiben. Das ist zum Beispiel auch bei Beatport der Fall, denn wenn es hier internationale Rechnungen sind, also der Dienstleistungs- und Warenverkehr international ist, dann kann es unter Umständen sein, dass hier gar nicht erst die Steuer ausgewiesen werden muss. Und dann kannst du natürlich auch nichts zurückholen. Wenn du freiwillig die Umsatzsteuer faktorieren möchtest, eben du kannst da freiwillig die Kleinunternehmerregelung in Anspruch nehmen oder eben auch nicht, dann hast du als Pro, dass du vorsteuerabzugsberechtigt bist. Also wenn du eben einen Mixer kaufst zum Beispiel, dann bekommst du davon die 19% wieder zurück oder selber auch mal den Laptop oder bei der Musik, die du regelmäßig kaufst. Außerdem ist das Ganze ein professionelleres Auftreten, denn wenn jemand auf der Rechnung sieht, dass du hier die Kleinunternehmerregelung in Anspruch nimmst, dann ist ja auch ganz klar schon, wie viel du verdienst, nämlich auch auf jeden Fall weniger als 17.500 Euro Umsatz. Und deswegen lässt du dir da ein bisschen in die Karten schauen und macht auf jeden Fall einen professionelleren Eindruck, wenn du die Umsatzsteuer ausweist. Ein Kontra ist, dass du für Privatkunden 19% teurer wirst und dass du ja mit der ganzen Vorsteueranmeldung und der Umsatzsteuererklärung deutlich mehr Arbeit hast. Oder dein Steuerberater mehr Arbeit hat und das wird er ja dann auch wieder kostentechnisch auf dich umwälzen. Hier nur für Privatkunden, deswegen aufpassen. Wir haben ja schon gelernt, dass wir als Unternehmer vorsteuerabzugsberechtigt sind. Das heißt eben, dass der Clubbesitzer oder der Veranstalter, der ja auch ein Gewerbe angemeldet hat, die 19%, die du ihm ausstellst, auch wieder zurückholen kann. Deswegen, wenn euch hier ja Veranstalter oder Clubbesitzer weismachen wollen, dass das nicht geht, weil es dann zu viel wäre, das ist auf jeden Fall Quatsch. Dann wollen sie dich entweder verarschen oder haben selber keine Ahnung. Denn sie dürfen eben auch die 19% wieder zurückholen. Und insofern, wenn du irgendwo aufgelegt hast für eben sagen wir einfach mal 100 Euro, dann rechnest du dich leichter. Und du entscheidest dich dann zum Jahreswechsel die Umsatzsteuer zu faktorieren und dann im nächsten Jahr mit 119 Euro im Club aufläufst und jemand sagt, nee, das sind mir jetzt eben diese 19 Euro zu viel. Dann kannst du sagen, das ist Quatsch. Und insofern es wirklich keine Absicht ist, sondern die Leute dich abziehen wollen. Dann ist auch die Frage, was ist hier eigentlich der tiefere Grund, warum man mit sowas um die Ecke kommt. Und hier stellt sich natürlich auch die Frage, inwiefern eine weitere Zusammenarbeit dann noch Sinn macht. Hier haben wir nochmal ein kurzes Beispiel jetzt, ein Rechenbeispiel. Und zwar, wenn du vorsteuerabzugsberechtigt bist, dann kaufst du dir einen Mixer für 1.000 Euro. Da sind ja 19% schon drin. Das ist das, was du im Laden lässt. Dann hast du noch einen Gig, für den bekommst du 1.000 Euro Gage. Setz dann noch die Umsatzsteuer drauf. Also eben 1.000 Euro plus 19% sind wir bei 1.190 Euro. Wenn wir hier das mal als Zwischenrechnung sehen, dann bist du aktuell beim Stand von 190 Euro. Musst aber ja die Mehrwertsteuer, die du da ausgeschrieben hast, an den Staat abführen. Das ist ja die Steuer des Staates. Und deswegen landen wir dann zwischenzeitlich wieder bei 0. Jetzt darfst du aber ja dir die 19% Mehrwertsteuer, die du vorher für den Mixer bezahlt hast, wieder zurückholen. Also landen wir wieder bei plus 190 Euro. Und somit hast du unterm Strich bei einem Mixerpreis von 1.000 Euro und einer Gage von 1.000 Euro plus Mehrwertsteuer 190 Euro verdient. Wenn man jetzt die Kleinunternehmerregelung benutzt, dann sieht die Rechnung ganz einfach aus. Du hast einen Mixer für 1.000 Euro gekauft, da sind 19% Mehrwertsteuer drin, ganz klar. Du hast eine Gage bekommen für 1.000 Euro mal bei deinem Gig, kannst aber sonst nichts machen. Du bekommst keine Steuer zurück, musst auch keine Steuer abführen. Und insofern ist die Rechnung ganz einfach Null. Das heißt natürlich, wenn du vorsteuerabzugsberechtigt bist und einiges an Ausgaben hast, dann macht es schon Sinn, dass du eben diese Regelung in Anspruch nimmst, insofern du hauptsächlich an Privatkunden deine Rechnungen schreibst, weil du eben Mobile DJ bist und hier eben dann viel auf Hochzeiten, Geburtstagen und so weiter auflegst und noch dazu wenig Anschaffungen hast, wo du dir die Mehrwertsteuer wieder zurückholen kannst. Dann kann es unter Umständen Sinn machen, dass du diese Kleinunternehmerregelung in Anspruch nimmst oder eben wenn du noch sehr in den Anfängen bist und dich nicht mit der Bürokratie jetzt ja so überlasten möchtest, dann kann es Sinn machen, die Kleinunternehmerregelung in Anspruch zu nehmen, aber insofern du ja schon eine größere Karriere hast und hier auch größere Einnahmen und Ausgaben zustande kommen, dann macht diese Variante auf jeden Fall mehr Sinn, denn unterm Strich, das seht ihr ja, bleibt dann mehr bei dir hängen. Eben dieser ganz wichtige Faktor mit dem, dass du an Privatpersonen deine Rechnung schreibst oder an gewerbliche, ist ein ganz wichtiger Punkt, den du dir hier überlegen solltest, denn diese Geschichte musst du ja dann auch schon bei deiner Gewerbeanmeldung beachten. Deswegen, wenn du an Privatpersonen schreibst, dann ist es hier die Frage, ob das wirklich Sinn macht, denn 19% mehr ist schon ein ganzer Batzen, das ist ja fast ein Fünftel und wenn du hier dann einfach ein Fünftel teurer wirst im Gegensatz zu deiner Konkurrenz oder eben einfach 19% im Vergleich zu früher, was sich die Leute dann vielleicht nicht mehr leisten können, da ist eben fraglich, ob du dir hier nicht ja riskierst, dass du deine Aufträge verlierst. Wir hoffen, du konntest in dieser Lektion einiges mitnehmen, insofern du noch Fragen oder Anregungen zu dieser Thematik hast, dann schreib uns gerne eine E-Mail, diese findest du hier unter dem Video. Wir sehen uns dann gleich wieder in der nächsten Lektion und wünschen dir bis dahin alles Gute!